Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Fever. Ich grüße euch da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn wir spielen noch ein Ründchen Train Fever. Ha? 28. Gucken wir mal gerade. 42 sind aktuell drin. Ich schaue mir jetzt mal gerade unser Budget an. Werde mal, wir müssen mal ein bisschen Schulden zurückzahlen. Eine Million ungefähr haben wir jetzt noch offen. Das sollten natürlich die Zinsen auch halbieren. Statt 30.000 zahlen wir jetzt eben nur noch 15.000. Das ist auch schon mal eine feine Geschichte, weil auch die Zinsen schleppen wir ja die ganze Zeit mit uns. Die müssen auch weg. Wollen ja nicht mit Schulden hier leben. Und jetzt funktioniert das mal so, wie ich das eigentlich ursprünglich haben wollte, dass hier wirklich permanent irgendwie ein Fahrzeug ankommt und wieder neu einlädt. Dass die hier gar nicht arg lang rumstehen müssen, sondern dass sie ja wirklich dann Action auf dem Gleis ist. 33 stehen nämlich noch an der Zentrallinie an. Das ist schon ordentlich. Und auch die Westlinie kommt so langsam hin. Die Stolpenmitte hier oben, die macht noch ein bisschen, macht einen weniger guten Eindruck. Aber das ist, naja, gut. Das ist am Anfang jetzt halt. Wenn die Fahrzeuge größer werden, machen die auch ein bisschen mehr. Jetzt versuchen wir das mal zu verfolgen. Jetzt kommen 34 Leute gerade hier an. Und es gehen 30 wieder mit. Okay, das hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt. Das ist für diese Zuggröße auch in Ordnung. Eine halbe Million plus ist echt mega, ne? So. Okay, checken wir mal kurz die Lage. Wir machen mal wieder so 300.000 weniger. Wie gesagt, oberstes Ziel jetzt erstmal Schuldenschnitt. Absolut frei sein, damit wir da gar nicht mehr so groß Geld einfach verbrennen. Ja, momentan läuft's auch. Wir müssen natürlich Rücklagen bilden, denn ewig funktioniert das, was wir hier tun, auch nicht, ne? Also, das ist so ein bisschen das Gespür, was da drin sein muss. Ähm, denn wir müssen unsere Rücklagen natürlich auch für Modernisierung wieder ausgeben. Neue Züge sind nicht billig. Also, da kannst du mal locker mit einer halben Million, Millionen ungefähr rechnen, bis du mal so einen neuen Zug auf die Strecke. Dann brauchst du halt auch noch zwei. Das heißt, so zwei Millionen musst du natürlich auch gebunkert haben, damit du dein neues Züglein auch entsprechend fährst. Und größere Zuglinien machen jetzt im Augenblick noch überhaupt keinen Sinn. Also, alles über 40 ist sowieso Wahnsinn, weil, ähm, die, der öffentliche Nahverkehr in der Stadt kriegt nicht mit seinen vier Kapazitäten. Da musst du ja, da musst du ja nochmal fünf, fünf Fahrzeuge mehr draufsetzen, damit das überhaupt hinhaut. Ich könnte das ja eigentlich mal kurz auf einer Linie probieren. Die Zentrallinie, es läuft eigentlich ganz gut, aber da könnten wir jetzt nochmal ein Fahrzeug mehr draufgeben. So, dann haben wir da nämlich auch ein bisschen mehr. Und ihr seht schon, dann geht's nämlich plötzlich auf einen Schlag, kommen dann mehr Leute an. Noch mehr. Weil halt ein Fahrzeug mehr einfach drauf ist. Und das merkt man ganz, ganz massiv bei solchen Strecken. Später dann noch, noch mehr, weil dann die Fahrzeuge nicht mehr vier, sondern 40 Leute mitnehmen. Ja gut, ganz so viele vielleicht doch nicht. Aber so in die Richtung, ihr wisst, was ich meine. Wir haben 700.000, sparen wir noch ein bisschen. Dann geben wir wieder so 200.000, 300.000. Das schmeißen wir dann wieder in unsere Schulden. Oh yeah. Okay, jetzt können wir schon mal was verhältnismäßig Anständiges machen. Wir könnten jetzt hergehen und uns überlegen, auf den Zentrallinien, in dem Fall Stolpen zum Beispiel, machen wir einen Ersatz. Und zwar, wir machen ein anständiges Fahrzeug hier drauf als Ersatzwagen. Und auch auf der Linie hier kommt ein anständiges als Ersatzwagen drauf. Nur auf den Hauptrouten. Auf den Nebenrouten will ich noch gar nichts davon wissen. Weil die Dinger sind nämlich gar nicht schlecht. Ich weiß es halt jetzt im Augenblick. Ich kann es euch ja mal zeigen. Und zwar, das sind diese hier. Französinnen. Eine Französin. 60.000 kostet eine. Nimmt sechs Passagiere mit. Unterhalt ist immens. Der ist allerdings auch nicht schlecht. Der Doppeldecker. Den ändern wir auf einen Doppeldecker. Der kann nämlich 20 Leute transportieren. Das ist natürlich noch viel irrsinniger. Tun wir das weg. Und machen den Doppeldecker drauf. Bevor irgendwas hier passiert. Weil der ist nämlich noch viel cooler. Das könnten wir zur Not, wenn es jetzt wirklich nicht hinhauen würde, würde ich das einfach im sofortigen Austausch anordnen. Und dann würde das noch viel schneller gehen. Dann würden die sofort ausgetauscht. Und dann würden wir natürlich auch wahrscheinlich unseren Zug sprengen. Dann bräuchte man sofort einen neuen Zug. Das will ich jetzt noch gar nicht. Das ist mir jetzt alles noch. Wir haben den Zug ja gekauft. Der war ja auch teuer genug. Und das muss ich jetzt erstmal refinanzieren. Das muss ich jetzt alles erstmal reinholen. Vor allen Dingen jetzt schuldenfrei. So. Keine Schulden mehr zurückzahlen. Damit sind wir erstmal sauber bedient. Weniger Kosten für uns vor allen Dingen auch. Und jetzt können wir uns dann mal Gedanken machen. Was machen wir, wenn wir den öffentlichen Nahverkehr ein bisschen aufpushen. Müssen wir natürlich auch wieder, wie gesagt, sparen. Und dann können wir uns überlegen, was kostet ein neuer Zug. In dem Fall der General zum Beispiel. 177 PS. Und dann gibt es doch den Brötli-Wagen. Der hat 100 PS, über 100 PS weniger. Aber den könnte man natürlich mit so drei, vier Personenwagen laufen lassen. Auch sehr geil, die Dinger. Hätten wir natürlich einen schönen, schönen amerikanischen Zug hier am Start noch. Den General. Stolpen fast 40 Leute wollen damit. Also es funktioniert schon so langsam. Kommt da Bewegung in das Ganze. Das ist super. Mir gefällt das. Kommt Bewegung rein. 42. Der Zug ist tatsächlich voll. Jetzt gucken wir mal gerade. Na, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte das hier anschauen. 16 auf der Zentrale und 10 auf der West. Haben die sich schon wieder organisiert? Ja. Das passt mittlerweile auch. Wie schaut die Linien aus? Sehr gut. Stolpen müssen wir natürlich auch nochmal ein bisschen angucken. Oh. Jetzt habe ich irgendwas weggeklickt. Irgendwas haben wir Neues bekommen. Ah, die Borsig. Okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. 150. Die ist sogar günstiger im Unterhalt. Kann halt auch wesentlich weniger. Schafft aber im Prinzip dieselbe Leistung. Er braucht nur ein bisschen... Hat nur ein bisschen mehr PS vom Grundsatz her. Ist auch in Ordnung, ne? Kann man mal machen. Strecke gibt es eigentlich her, ne? Im Prinzip bräuchten wir erst die Züge und dann auch die Fahrzeuge, um mal hier ein bisschen zu erweitern. Was man dann tendenziell allerdings auch machen kann, ist jetzt allerdings so ein könnte, könnte, hätte, wenn. Dass wir hier einfach nach Bobfingen hinten rausgehen und den Bahnhof vergrößern. Dass wir einfach sagen, wir reißen den Bahnhof so wie jetzt ab, bauen hier noch einfach einen zweigleisigen Bahnhof her, lassen eine Spur auf dem einen Ende und eine auf dem anderen rausgehen und machen Bobfingen, schließen Bobfingen an. Beziehungsweise war es dritte Möglichkeit, einen dreigleisigen Bahnhof zu bauen. Eine Spur geht nach Bobfingen weiter, die andere geht nach Hofheim am Taunus. Hoch, dann hätten wir hier eins, zwei, drei Linien, die hier in Titisee landen würden. Da hätten wir da natürlich auch einen Durchsatz erreicht, ne? Müssten wir allerdings erst mal hier unser Depot platt machen. Und die Züge sind auch nicht groß. Also, ob sich die Investition auf lange Sicht lohnen wird, ich bin mir fast nicht sicher. Ich glaube fast nicht. Vorher haben wir natürlich deutlich höhere Kosten, indem wir natürlich auch erst mal hier unsere ganzen Fahrzeuge auch mal erneuern, runterneuern müssen. Momentan, wie gesagt, es funktioniert alles irgendwie, aber nicht schön. Das ist alles eine ganz knappe Geschichte hier auch. Okay. Da fährt er davon. Und natürlich warten hier dann auch die ganzen, die ganzen, die ganzen Leute noch auf, auf Weiterfahrt. So, die erste Million ist gleich drinnen. Dann könnten wir es uns tatsächlich überlegen. Der Weg nach Bobfingen ist schon ganz schön weit. Beziehungsweise eigentlich müsste es ja nach Kalf gehen. Wenn man es genau nimmt, müsste es über Bobfingen nach Kalf gehen. Also, wäre so der Urplan eigentlich. Wir könnten folgendes machen. Wir könnten folgendes machen. Ich regne mal kurz aus. Was kostet uns eine Borsig? 200.000. 250.000. Und dann nochmal ungefähr vier Wagen, Personenwagen. Sind wir dann auch nochmal, boah, 240.000 ungefähr. Ja, also wir brauchen ungefähr, ja, doch halbe Millionen ungefähr pro Zug. Roundabout, ein bisschen mehr sogar. Also mit einer Million sollten wir zwei Züge erneuern können. Jetzt ist natürlich die Lebenszeitfrage hier die Sache. Dieses Ding hat uns aktueller Wert. Acht Jahre alt. Es schafft man mit Sicherheit noch ein bisschen länger. Weil es einfach ein guter Zug ist. Also, den zu erneuern wäre jetzt Quatsch irgendwie. Was wir allerdings machen könnten, ist jetzt folgendes. Und zwar, dass wir die Linie Bobfingen in Kalf schon eröffnen. Und dann Titi sie irgendwann anschließen. Hätten wir das Problem mit der Nutzbarkeit nicht. Würde aber auch enorm viel kosten. Darf man nicht vergessen. Das sind auch Städte, die man erstmal komplett voll erschließen muss. Unter anderem aber auch. Ich weiß gerade nicht, ob das so sinnvoll ist. Ob wir das so machen sollten. Wir machen mal leicht, obwohl schnelle Geschwindigkeit passt schon. Also pass auf, wir machen folgendes. Wir ziehen jetzt hier, das habe ich befürchtet. Dann ziehen wir das so raus. So, dann machen wir Pause. Dann bauen wir jetzt hier einen Bahnhof her. Mal ganz kurz gucken. Ungefähr so. Hm, es geht sogar. Es geht sogar. Und den können wir hier oben auch noch ranbekommen. Da können wir den nächsten hinbauen. Dann schließen wir das jetzt einfach mal an. So, 120 schaffen die hier. Das ist kein Problem. Okay. Okay, okay, okay. Schaut schon ganz gut aus. Und jetzt gehen wir hier einfach mal weiter. Was kosten da so viel? Ach, der Einschnitt hier kostet so viel. Okay. Und das ist unser Anschluss im Prinzip. So müssen wir reinkommen. So. Okay, bevor die Stadt nämlich hier weiter wächst, haben wir nämlich ein dickes Problem. So geht's jetzt. Okay. Folgendes ist jetzt der Plan. Wir bauen das neue Depot schon auf, weil sonst können wir nämlich nicht mehr hier schön erweitern. Bauen das da hinten einfach her. Das muss eh neu gestaltet werden. Da sind wir uns alle einig. Zumindest später. Im Augenblick noch nicht. Im Augenblick können wir uns überlegen, ob wir einfach die Linie an sich vergrößern. Dass wir sagen, also eins, zwei, drei Fahrzeuge diese lange Strecke abfahren lassen. Vielleicht vier, weil es vier Städte sind. Dass wir immer warten, bis der von Kalf nach Bobfingen gefahren ist, beispielsweise, und dann den nächsten draufschicken. Dass die immer den Abstand haben. Und dann schicken wir die einfach hier durch. Das Problem ist, das funktioniert nur, wenn wir auf jedem Teilstück hier mindestens eine Doppelstrecke haben. Dann können wir das einrichten. Und vorher leider noch nicht. Außerdem brauchen wir halt deutlich schnellere Fahrzeuge dafür, weil im Augenblick haben wir das Problem, dass unsere Fahrzeuge wahrscheinlich für diese Tour ewig lang brauchen würden. Gucken wir mal gerade, wir haben die Spanisch-Brötli-Bahn. Schafft 40. Die Borsig schafft 45. Also, da ist noch nicht viel um, ne? Also, diese schnellen Züge, 100, 200, äh, machen wir noch nicht. Alles noch weg. Aber es kommt. Es kommt mit der Zeit. Der Anfang ist gemacht. Was wir auch machen könnten, wäre trotzdem eine zweite Linie hier einfach anschließen, um die zu befeuern und die dann irgendwann aufzulösen. Wäre auch eine Möglichkeit, dass man halt den Bahnhof zweiseitig nutzt. Dass hier einfach mehr los ist. Dann müssten die sich halt irgendwie arrangieren. Aber okay. Das können wir ja trotzdem machen. Dann bauen wir hier einfach das zweigleisige Stück schon mal einfach aus. Weil es ist jetzt auch nicht schlimm, dass das jetzt schon mal unterwegs ist. Weil wir werden es ja auch brauchen. Das sind ja alles quasi Durchgangsbahnhöfe, die ja irgendwann zwangsläufig mehrgleisig werden. Momentan halt einfach nur nicht Sinn. Warte mal kurz. Hier haben wir ein Problemchen. Hier geht uns die Geschwindigkeit runter. Wo ist denn da... Oh, oh, oh. Geld, Geld, Geld. Andere Probleme, andere Sorgen. Kurz checken. Ah ja, da kommt es wieder. Huh. Gerade ein bisschen Angst gekriegt. Bisschen Angst gekriegt. Ja, solche Ausbauten, gerade am Anfang, haben nämlich immer... Da bin ich extrem paranoid, muss ich ehrlich zugeben. Weil, ähm... Das ist halt immer... Das kann dir ganz schnell das Genick brechen. Nur zu wenig Einnahmen, die Ausgaben übersteigen die noch ein bisschen. Und penghautst du plötzlich deinen ganzen Wirtschaftszweig oder Kreislauf hier komplett zusammen. Ist alles weg. Auf den Einschlag. Nur weil du halt ein Gleis gebaut hast. Oder eine Linie, die halt nicht rentabel ist. Also es muss am Anfang wirklich alles funktionieren. Was auch funktioniert, ist die nächste Folge. Und die sehen wir dann, wenn sie rauskommt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Lasst sich gut gehen, meine Lieben. Euer Zwerg. Auf Zwergtube. Ciao.